ok wie erkläre ich das jetzt dennis floh und ich sind letztens in daisy auto gefahren wir haben uns kurz darauf entschieden ey lass uns doch wie flo sagte also sind wir losgefahren haben uns reingesetzt beziehungsweise saßen im auto und sind einfach mal losgedüst und dachten uns zwischenzeitlich einfach wir hätten die zeichen einfach deuten müssen es ist immer wieder ein bisschen was passiert wir sind kurz stehen geblieben oder so konnten auf einmal nicht mehr anfahren keine ahnung seit so ein update war an diesem tag ging das mit dem autofahren irgendwie nicht so wie gewohnt werden zeichen deuten sollen denn es sagte auch relativ schnell noch und ich glaube das war auch noch ein zeichen wir sind einfach weitergefahren immer weiter ging auch wirklich easy und das hat auch wirklich bock gemacht also der autofahren in daisy macht richtig spaß muss man ganz klar sagen und dennis kam auf die idee floh hat abgelehnt und im nachhinein hätte er es besser getan nachdem wir natürlich alle zeichen ignoriert haben und einfach den weg weitergefahren sind kamen wir dann an der brücke an und ja von da war natürlich für uns das ding so okay jetzt einfach nur noch über die brücke und dann sind wir da und floh kam auch noch auf andere ideen oder auch und wir hatten natürlich eine menge spaß damit wir hatten die ideen waren ja cool und haben auch auf jeden fall den spaßfaktor nur ja dann passierte dass der wagen der ist auf einmal aus der wagen ist auf einmal ausgebrochen jetzt ist das auto weg jetzt ist alles das zeug weg ich weiß gar nicht bei mir steht nichts ich bin noch nicht tot ich bin bis jetzt okay damit danke ich fürs zuschauen haut rein und bis dann